Hey, hast du auch schöne Nägel? Exklusive Hausmesse für Nageldesigner mit tollen Rabatten. Hey, was ist alles? Ich bin der Mixmaster, DJ Chili E, dein Lieblingsdienst, Lieblingsdienst. Und heute sind wir bei Emi Nail, Emag. Heute ist die Open House, Tag, die Öffnung und Tour. Ich habe von der Messe über E-Mail erfahren, über meinen E-Mail-Account, Newsletter sozusagen. Also jetzt ganz aktuell habe ich gekauft das Emi Color Gel Frozen Mint. Das gefällt mir ganz gut. Und die Kollegin hat mir jetzt noch UV Polish 2 in 1 empfohlen. Ja, Heartbreak Purple, das hat mir sehr gut gefallen. Das hat sie selber auf den Nägeln. Emi-nail.de Also von der Messe erfahren habe ich über die Website von der Emi-Seite im Internet. Als erstes, dass auch Probenägel gemacht werden. Das finde ich ganz toll. Da kann man mal gucken, wie die Gele überhaupt so sind. Und ansonsten eigentlich im Moment wirklich alles. Also mein Lieblingsprodukt bei Emi Gel ist das Fiebergasgel, weil es auch halt bei Problemnägeln sehr gut hält. Erfahren natürlich durch die Zeitung, durch die Medien. Und Emi-nail ist ja eigentlich ein sehr bekanntes Unternehmen hier in Merfelden und spricht sich auch relativ schnell rum. Die Prozente und die Getränke. Wir haben es jetzt schon ins Auto gebracht, aber mein größtes Schnäppchen heute war ein Fraser, um das Gel von den Nägeln zu nehmen. Nein, ich bin 1989 in Las Vegas mit der Limo schon mal gefahren. Und hier jetzt das Worte mal bei Emi. Sehr schön. Immer wieder gern. Hi, das ist Vicky, ich bin Manuel. Wir sind von der Band 48 Stunden, kommen aus Berlin, machen deutschen Pop. Da hinten hinter dir kannst du mal umschwenken. Das sind unsere Band-Jungs. Jungs, winken! Einmal winken. Ja, und wir freuen uns heute hier zu sein in Merfelden bei der Emi Dent und Emi Nail und EMAG und was weiß ich was nicht alles. Und wir hatten gerade ein cooles Konzert. Die erste Hälfte nachher spielen wir nochmal und hatten schon viel Spaß bei euch. Das Essen ist lecker und man kriegt Betränke. Und jetzt hier sitze ich hier in der Limo und werde hier durch Merfelden gekutschiert. Was ich ganz toll finde, ist das Versiegelungsgel. Und damit arbeite ich jetzt eigentlich auch schon über sieben Jahre mit. Das ist sehr gut. Wir haben eine E-Mail bekommen, dass der Hausmeister stattfindet. Und da sind wir natürlich direkt gekommen. Mir gefällt hier am meisten die guten Preise und die gute Qualität. Das Fiberglasgel finde ich sehr, sehr gut. Mit dem arbeite ich selber, da ich auch Nageldesigner bin, nebenbei. Ich benutze es auch selber. Und das Fiberglasgel ist mein Lieblingsprodukt. Ich habe von der Messe durch das Radio erfahren bei Big FM. Die große Auswahl, die guten Preise und das Essen. Die Thermogele und der super Koffer. Ach so, das ist ja ein Video, ne? Die Thermogele und der super Koffer. Die Thermogele und der super Koffer. Ich habe von der Messe durch das Radio erfahren bei Big FM. Vielen Dank.